Moin liebe Leute und herzlich... Oh mein Gott ist das ein weiterer Abstand zu einer weiteren Folge Forrrrrrrrrrt... mit Ole. Ja wir haben... wir spielen Tundra mit einem kleinen Abstand zur gegnerischen Base. Das kann ja was werden. Wollen wir anfangen? Jo. Rebel! Rebel! Ich muss dir einfach mal zugeben ich habe keine Ahnung. Doch habe ich alles... Rebel, Rebel, Plastikhebel. Verstehen Sie? Ja, wegen Hebel und ja. Unfassbar, oder? Ja, Freunde. Freunde der Nacht und des Gesangsvereins. Wir haben uns heute zusammen gefunden, um Abschied zu nehmen von Ole. Bitte? Ne. Ole hört auf. Womit? Ja, kannst du jetzt, das bleib, also ne. Also? Das werde ich jetzt nicht verraten, du. Es wackelt ziemlich bei mir, muss ich mal so zugeben. Bei dir auch? Wolltig. Ed Snowed, Ed Snowed, Edward Snowden. Hat einen kleinen Hoden. Ja, wie mögen wir denn das? Man versteht's nicht, er hat einen kleinen Penis. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin da unten als Tiere. Ich mache da oben scheiße. Du mache da. Dankeschön. Vielen Dank für die scheiße. Kako. Kako, gut. Kako, gut. Kako, gut. Ich kacke auf Klo. Kako. Ja, das mag ich nicht. Kako, gut. 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 Oder? Unfassbar. Ah. 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 Meine Freunde der Naturgewalt. Ah. Verstehen Sie? Wegen Gewalt. Ah. Oder? Ja. Ja. Unfassbar. Verstehen Sie? Ja. Muchas gracias. Por los rosas. Thank you for the rosen. Vielen Dank. Be lieb von du. Ein schwuler Berliner. Für mich ist es für du. Für mich ist es für du. Für mich ist es für du. Ah, ja. Ich verstehe. Im irrigierten Stadium. Äh, was? Wait, was? Le was? Wie was? Ui, was? Ach, Regen. Ach, das suggeriert doch jetzt wieder hart. Ach, das suggeriert doch jetzt wieder hart. Ich hate es. Ich hate es. Babeli Bupi. Radam, Radam. Radaradadam. Radaradadam. In die Autoform, ihr fehlt eine schöne junge Mädchen. Ich gucke nach drüben aufs Fenster und sage Hallo. Hallo. Ich komme zwar hier sexen, aber das ist doch zum Flexen. Ich kann da nur drüber lachen. Wunderbar. Im Elde für mir. Aufmachen. Wird ein junges Mädchen. Ich kann es glauben glauben, wie besöffen sie es. Ich könnte nicht. Wodka brauchen. Und diesen Tag dann zu verrauchen. Ich kann es glauben glauben, das ist wunderbar. Das ist ein Tür. Tür für Jay. Du hast ja schon Waffen. Jonathan. Ja, ich habe richtig viele Waffen. Richtig gute. Die ficken richtig rein. Verstehen sie? Das war Ironie. Unfassbar, oder? Ironie. Kennen sie sowas? Ne. Ne? Ne. Das ist belastend. Verstehen sie? Belastend. Oh. Er fordert. Ich habe einen Back. Ich habe einen Back. Ich habe einen Back. Nein, nein, nein. No Back. No Back. Ist auch ein Tennisspieler. No Back. No Back. No Back. No Back. No Back. Er heißt einfach No Back. No Back. Das ist Elektro Back. 5.000 Volt. Und sie steht in der Mitte. Elektro Back. Ich verstehe nicht. Warum reagieren meine MPs denn nicht? Weil du hast Tore davor. Wer ist denn dieser Tore? Verstehen sie? Tore. Der ist im Weg. Ja. Ja. Aber die Tore. Die sind im Weg. Ne. Ja. Aber die brauchen einfach ein bisschen. Ne. Und das ist halt das Problem. Ja. Dann mach ich gut weg. 5.000 Volt. Und sie steht in der Mitte. Elektro Busen. Ja. Hat gut funktioniert. Hat auch gut funktioniert. Warum? Dann wir die wegmachen. Wie den wegmachen. Dann den wegmachen. Die reagieren einfach nicht nicht nicht. Nicht. Nicht nicht nicht. Oder reagieren die nicht nicht nicht? Die reagieren einfach nicht nicht nicht. Die Präsidenten des Unions-Untertitelung Wir sitzen hier, wir sitzen dort und sitzen hier diese Wacht. Alter, Ola, wenn wir nicht Schlagersänger werden, was sollen wir denn sonst machen im Leben? Werner, reagiert! Werner, reagiert mal nicht, lasst mal die. Guck mal, einen hab ich im Stift zertötet. Hast du die upgradiert? Nee, doch hab ich, ja, upgradiert. Vielleicht ist das tatsächlich der Fehler. Manchmal klappt's nicht, frag mich nicht warum. Das scheint Buggy zu sein. Ja, nur Bug. Aber ich kenne auch nur Bug? Nee, ich kenne nur E-Books. Streiter? Ja. Streit-Axt. Ja, ja, ja. Wunderbar deine Dinger, du, die können das. Die sind scheiße, du. Das sind richtige Pros. Ja. Richtige Nobs sind das, Nobs. Bier machen, party, ein Bible und ein Bier. Paracetamol, Paracetamol. Heute kann es regnen, stürmen oder schneiden. Heute kann es regnen, stürmen oder schneiden. Ui. Der hat tatsächlich gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht? Wir machen gar nichts. Wir sind fairer Spieler, wir machen gar nichts. Wir sind ein bisschen dumm in die Kopf und saufen bis wir dumm sind. Oh nein, oh nein, oh no. Ey, was ist das eigentlich schon wieder für eine Folge? Wir drei sind doch schon wieder durch, oder? Schwertfisch. Oh, jetzt gibt es aber dreifach auf die Fresse. Oh nein, ich habe Feuer. Und ich habe mich selber getrefft, glaube ich. Ich bin auch eine Bärne, du. Ein Weltraumporno in Stella. Kennst du in Stella den Weltraumporno? In Stella. Soll gut sein. Jo, der ist super. So ganz realistisch. Ah, stellern sie sich das mal vor. Jawoll Ole, da ist ein Loch bei dir drin. Wusstest du das? Ah, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten. Ja, da links in deinem Typ. Da, jetzt wo weggemacht hast du. Das ist kein richtiges Loch. No? No, no. Doch Schmach sage ich immer. Echt? Ole, wo soll ich hin? Da? Oder da? Oder da? Sag stopp. Stopp. Okay. Das ist okay. Soll ich? Augenblick, ich muss noch 200 Energie abwarten. Jetzt kommen drei abgegradete Wichser. Das kann es für dich gewesen sein. Zwei abgegradete... Null abgegradete Wichser. Aber lass uns jetzt was ausprobieren. No problem. Tot. Ja. Das war ein Tor. Mann, ich hätte jetzt auch gewonnen. Moment, du hast doch nicht gewonnen. Ich habe da Eisen hingesetzt. Oder hast du die Waffe, die das ist ein Mod? M-m. Hä? Was waren das für eine? Hä? Die normale abgegradete... ... Gewehr. Die normale abgegradete... ... Gewehr. Revolver. Ja. Sag mal Stopp Ole. Stopp. Ja. Flügelmann machen wir in der nächsten Folge. Ja. Unfassbar oder? Flügelmann. Super. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Schauen Sie rein. Tschau. Ja.